Bin gespannt was dieser Kahn Schilde fühlt. Aber gehen wir mal mit ihm mit. Da ist der Kahn. Verdammte Spinnen oder was das auch immer ist. Essige 4. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Rappen bleiben fern. Okay. Dann sollten wir denn hier sein. Alles tot. Lange gestorben. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Hört nur nicht zu lange. Wer ist sie? Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Ich kenne diesen Tunnel. Und er erkennt mich. Okay. Kahn. Ich weiß nicht. Sollten wir in diesem Tunnel sein? Seid vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für ihn dabei. Okay. Gut, dann lass ich mein Licht an. Ähm. Weißt du das, Kahn? Ist das normal hier? Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort wer verwenden kann. Wir müssen daran vorbeiden. Nicht die Silhouetten berühren. Okay. Okay. Nicht die Silhouetten berühren. Okay. Nicht. Konzentrieren. Kahn, bitte warte auf mich. Ist jemand hier? Mama? Wo bist du? Hast du sie auch, Kahn? Möchtest du, dass ich vorgehe? Ich komm hier nicht durch. Ich bin zu dicht. Ich hab kein Feuerzeug, Kahn. Außer du hast eins. Hier mal umsehen. Sonst komm ich hier nicht durch. Ich bin hier nicht durch. Ich bin hier nicht durch. Ich bin hier nicht durch. Kahn. Kahn. Bitte warte auf mich. Ist alles... verseucht. Siehst du das? Das ist im Tunnel wichtig bleiben. Aber ist es dann überhaupt sinnvoll, sich hier durchzuschlagen? Gehen wir. Ich höre nur Saales. Raus aus diesem Tunnel. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay. Alles ist okay. Es ist nicht echt. Es ist nicht echt, Artyom. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Kein Problem. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Okay. Deswegen kennst du diesen Tunnel wohl auch so gut. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Okay. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben. In der Metro. Oh, scheiß. Das sind sehr harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Naja. Wie man es sieht, aber verdient haben wir es wohl. Mutierte Ratten. Und komisch glühende Pilze. Schau mir aber nach Mutanten aus. Ein Schuh? Okay. Ich höre Nosalis. Ist das normal hier? Ach, scheiße! Schreck mich nicht so, du blöde Ratte. Nosalis. Sie sind hier, Kahn. Ich kann sie hören. Da will ich nicht reingehen. Hinter dieser Tür. Psst! Ja. Ich höre ihn auch. Er ist da hinten drin. Und ob da du es alles ist. Du lässt ihn doch auch. Konzentriere! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Soll ich die Tür aufmachen? Weiss nicht ob ich das möchte. Oh verdammt! Weg mit dir! Oh verdammt! Weg mit dir! Dort ist es ganz schlimm. Okay. Okay. Alles ist okay. Gehen wir. Ja. Okay. Ich habe das Netzgewehr hier. Okay. Weg damit. Schon wieder? Okay. Ich bleib schön hinter dir, Kahn. Du kennst diesen Tunnel besser als ich. Ich will nie wieder in diesem Tunnel sein. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nicht bewegen. Eine Anomalie? Was ist in diesem Tunnel, Kahn? Wir nennen das eine Anomalie. Okay. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Hast du wohl recht. Pst. Verdammte Scheiße. Anomalie lebt wohl in diesem Tunnel. Und hat ihn gegrillt. Ein übles Phänomen, was? Ja. Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Oder Menschen. Das fängt alles von der Sichtweise an. Ja. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ne, das glaube ich. Ich will nicht hier durch, Kahn. Vorsichtig. Okay. Scheint, das wären viele Nosales hier gewesen. Ich höre hier was. Kahn, mir gefällt es hier nicht. Können wir... Können wir bitte gehen? Was? Oh, verdammt. Nosales, natürlich. Weg mit dir, du... Ja, Bastard. Okay. Weg mit dir. 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 Ich sagte, du sollst weggehen. Scheiße. Weg mit dir. Weg mit dir. Blöder. Drecksvieh. Ich muss nachladen. Kann. Noch mehr? Viele von diesen Bastarden wollen denn noch kommen. Gut, sehr gut, Kahn. Noch mehr? Es kommen noch mehr. Stillhalten. Nicht einmischen. Gott, der verdammte Scheiße. Die... Diese Anomalie hat ja alle getötet. Eine Live-Demonstration. Ah. Ah. Danke für die Munition. Rein hier. Ich will hier nicht bleiben, Kahn. Mit einer Minute länger. Wir müssen hier weg. Und das ganz... Ganz schnell. Da gehe ich nicht rein. Nein, nicht in diesem Tunnel. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Okay. Gut. Bitte sag, wir sind aus diesem Tunnel raus, Kahn. Ja. Ja. Keine Ahnung. Aber da gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst. Wer weiß. Du musst nicht antworten. Oh, verdammte Scheiße. Noch mehr von diesem Bastarden. Okay, das ist nur ein Schleicher. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die Hüterigen können wir irgendwo hin. Die Station wird wieder angegriffen. Okay. Hier in der Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Okay. Komm. Hierher. Hallo Jungs. Noch ein Angriff? Ja. Sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel. Und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrop dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Äh, ja. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Okay. Finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden. Aber anscheinend haben die Nusalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche die Monster zu uns zu lockern, wenn es zu viele sind. Zalice, natürlich. Natürlich müssen es nur Zalice sein. Okay. Da hinten kommen sie. Zusammenbleiben. Okay. Ich komme also aus den Seitengängen, diese Bastarde. Oh! Nichts da, du Bastard! Nichts da, weg mit dir! Ich mag keiner! Weg mit dir, Bastard! Weg mit dir, ich mag keiner! Da ist noch einer. Na, du Bastard! Immer noch hässlich. Da kommen sie immer noch mehr von diesen dreckigen Vieren. Gebt mir Deckung, Jungs! Wo sind sie? Na? Bastard! Die werden wohl immer wieder kommen. Da sind wieder welche. Na, hast du mich schon gesehen? Befall ich dir? Bastard! Scheiße, da sind viel zu viele hier. Soll ich denn da nach vorne kommen, ne? Dreckiges Gesicht! Ah, verdammt! Ah! Okay. Die werden wohl immer wieder kommen. Da sind schon wieder welche. Na, du Bastard! Ich mag keiner! So, weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Okay. Der scheint mich zu ignorieren. Scheiße. Esslich, du honest! Nichts da! Weltmesere Faktor. Und ich habe keine Munition mehr. Weg mit dir! Ich brauche keine Munition mehr. Fressen mir zu viel Munition. Oh verdammt. Noch mehr von denen. Nein. Oh verdammt. Keine Munition mehr. Oh verdammt. Okay. Oh verdammt. Oh verdammt. Es scheint dicht zu sein. Noch Munition. Verdammt nochmal. Kaum noch Munition. Okay. Stolperdrähte. Oh. Sind die Silhouetten. Hier sollte ich nicht hin. Gott der Scheiße. Ich sterbe, du blödes Vieh. Gut. Hier sind noch mehr von ihnen. Nein. Bastard. Nichts da. Nichts da. Noch mehr von ihnen. Scheiße. Sind zu viele. Ist hier irgendetwas? Quatsch. Hier ist nichts. Ich muss hier weg. Weg hier. Die sind hinter mir. Gut. Oder weniger gut. Das stimmt was nicht. Nichts. Danke. Kahn. Eine bescheuerte Stelle hier. Hier kommt doch in hundert Jahren keine Karavane vorbei. Ah. Immer mehr kommen von diesen Nosales Müssen einen besseren Schlachtbahn ausk-